Moinsen, ihr Flitzpiepen, ihr Pflaumbärtigen, Lumpen, ihr Schiffschaukelbremser und alle, die nicht so genannt werden wollen. Ich bin der Cubis Erklärbär und das ist ein Video zum Thema Zeitbasis und Musikmodus. Ein Remake meines aller aller ersten Videos hier auf diesem Kanal. Das wollte ich schon lange mal machen und jetzt habe ich endlich Anlass dazu, weil das nächste Video, was hier auf diesem Kanal erscheint, macht nur Sinn, wenn man weiß, was diese Dinge, die wir in diesem Video besprechen, für Auswirkungen haben. Deshalb habe ich mir gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein Remake. Also, was haben wir hier? Ich habe mal den Audio-Click in Cubis rausgerendert in 120 BPM und wer nicht weiß, wie das geht, man setzt hier die Lokatoren um einen bestimmten Bereich, dann geht man über Projekt, Taktartspur. Das finde ich auch ein bisschen seltsam, dass das unter der Taktartspur versteckt ist, deshalb kennen das auch viele Leute nicht. Und geht dann ganz einfach in Audio-Click zwischen Lokatoren berechnen. Wenn ich das jetzt mache, zack, wird mir hier eine Audiospur errechnet mit dem Klick in dem Tempo, wie ich es hier eingestellt habe und auch in der Taktart. Und dann kann man sich das hier anhören. Das ist nicht der Klick, den ich hier eingeschaltet habe, sondern das ist hier eine Audiospur, mit der ich dann auch ganz normal alles machen kann. Da könnte ich Plugins draufladen, warum man das auch immer machen wollte. Aber das nur als kleiner Extra-Tipp für euch, die diese Funktion noch nicht kannten. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Video. Ich habe hier zweimal zwei Audiospuren. Wir stellen uns einfach vor, das sind irgendwie, das ist zweimal derselbe Song mit verschiedenen Takes. Deshalb sind hier so Schnitte, was weiß ich, hier hat der Sänger gesungen und dann habe ich den Schnipsel genommen. Dieser Song ist von der Zeitbasis her auf musikalisch und dieser steht von der Zeitbasis auf linear. Was bedeutet das? Zeitbasis musikalisch bedeutet, dass die Anfänge der Events auf der musikalischen Position, also auf der Taktposition kleben bleiben. In diesem Fall habe ich extra die einzelnen Events so benannt. Dieses Event geht von Takt 5 bis Takt 12 und das hier 13 bis 24. Das muss kein gerader Takt sein. Das habe ich jetzt nur gemacht, damit wir das visuell gleich schön ablesen können. Das kann auch hier irgendwo zwischendrin sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Es bleibt an der Taktposition hängen, wo halt der Anfang des Events ist. Bei der Zeitbasis linear bleibt es nicht auf der Taktposition hängen, sondern auf der zeitlichen Position. Deshalb habe ich hier eine zweite Linealspur eingefügt, die auf Sekunden, also auf Zeit eingestellt ist. Und da sehen wir jetzt, dieses Event fängt bei Sekunde 8 an und geht bis Sekunde 24. Das jetzt einfach mal merken. Und wenn ich jetzt eine Tempoänderung vornehme, wir sind noch nicht an dem Punkt Musikmodus, der ist ausgeschaltet. Ich ändere das Tempo jetzt mal von 120 auf 240. Wir verdoppeln. Zack. Jetzt sind diese ganzen Events hier oben, die auf musikalisch gestanden haben, sind verrutscht. Und jetzt gucken wir uns aber an. Dieses Event fängt zwar noch bei Takt 5 an, also die Anfangsposition ist auf Takt 5 kleben geblieben, aber es hört nicht mehr bei Takt 12 auf. Hä? Das ist ja schon mal seltsam. Aber wie gesagt, der Anfang, Zeitbasis steht auf musikalisch, also bleibt der Anfang der einzelnen Events auf der Position kleben, wo sie auch vorhin waren. Das hier fing bei Takt 13 an, klebt auf Takt 13. Bei der Spur, die auf Zeitbasis linear steht, hat sich gar nichts geändert. 0,0. Das geht immer noch von Sekunde 0 bis Sekunde 8. Das geht von Sekunde 8 bis 24. Das geht von 24 bis 48. Also die Spur hat sich überhaupt nicht geändert. Ich zeige euch das mal in die andere Richtung. Wir halbieren mal das Tempo. Und dann sehen wir hier, fängt immer noch bei Takt 1 an, geht aber nicht mehr bis Takt 4, sondern nur bis da. Der fängt noch bei Takt 5 an. Also genauso verkehrt, nur in die andere Richtung. Diesmal haben wir langsamer gemacht. Jetzt gehe ich wieder auf unser Tempo von 120 BPM zurück, unsere Ausgangsbasis. Und jetzt schalte ich nochmal ein paar Spuren ein. Diese beiden hier, das ist wieder dasselbe Spiel in grün. Oberhalb von dem Lineal sind die Spuren auf Zeitbasis musikalisch und unterhalb des Lineals auf Zeitbasis linear. Ja, jetzt kann man sehen, das finde ich auch kacke. Warum haben die das hier nicht orange gelassen, damit man das direkt ins Auge springt. Der einzige Unterschied, der jetzt zwischen diesen Spuren besteht, ist diese helllilane Spur oder Flieder. Nennt man das Flieder? Keine Ahnung. Da ist der Musikmodus ausgeschaltet. Und hier ist der Musikmodus eingeschaltet. Da steht er musikalisch. Das bringt auch einige Leute durcheinander und verwechseln dieses musikalisch mit der Zeitbasis musikalisch. Das sind zwei Paar Schuhe. Wo können wir denn den Musikmodus überall einschalten? Wir können entweder hier drauf klicken und dann über diese Schaltfläche, wenn man sich... Ups, da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin. Wenn man die Infozeile eingeblendet hat, dann kommen wir das halt hier ein- und ausschalten. Das kann man auch für mehrere Events gleichzeitig machen. Und dann seht ihr, dann erscheint hier auch so ein Symbol. Eine weitere Stelle, an der man den Musikmodus ein- und ausschalten kann, ist im Pool. Da kann man dann ganz einfach hier hinten, zack, Musikmodus ein- und ausschalten. Man kann auch mehrere gleichzeitig ein- und ausschalten. Einfach eins anklicken, das letzte anklicken mit gehaltener Shift-Taste und dann braucht man keine Taste mehr drücken. Dann kann man einfach hier reinklicken und dann seht ihr, werden alle ausgewählten hin- und hergeschaltet. Jetzt kommen wir zur Tempoänderung. Und zwar gehen wir jetzt wieder unser Beispiel an mit 240 BPM, also Verdoppelung. Zack. Jetzt sieht die Geschichte schon anders aus. Wir haben das Tempo erhöht. Diese Spur steht auf Zeitbasis musikalisch. Also der Anfang bleibt auf der Taktposition hängen. Musikmodus ist eingeschaltet, also wird die Tempoänderung auch in die Datei sozusagen übernommen. Wir haben das Tempo erhöht, also wird die Datei zusammengestaucht. Wenn wir das Tempo verlangsamen, wird sie gedehnt. Wichtig dabei ist auch noch, wenn man hier Dateien so im Timing beeinflusst, hier einen Algorithmus ausgewählt zu haben. Empfehlenswert in dem Fall Elastic Pro Time. Diese Elastic Pro Algorithmen sind eigentlich mit die Artefaktfreisten, will ich es mal nennen. Wenn man natürlich übertreibt und ungefähr aus einem 120 BPM-File, wenn man das auf 40 BPM runterdingselt, dann irgendwann hört man immer Artefakte. Aber wie gesagt, für sowas den Elastic Pro Time benutzen, wenn man hier Elastic Pro Tape benutzt, dann ändert sich nämlich auch die Tonhöhe. Das werde ich euch gleich an einem lustigen Beispiel zeigen. Ich glaube, ich habe das für einen schon vorbereitet. Ja, für den hier. Da habe ich extra den anderen Elastic Pro Tape genutzt, um euch das zu zeigen, dass sich die Tonhöhe ändert. Also die Datei bleibt an der richtigen Position vom Anfang her. Und auch das Ende ist jetzt richtig. Der soll von Takt 5 bis 12 gehen. Sehen wir, ist Takt 5 bis 12. Und anhören tut sich das dann so. Ich starte mal hier. Hier habe ich den Elastic Pro Time, dass sich also beim Stauchen oder Dehnen des Events keine Tonhöhenveränderungen mit einschleicht. Und hier habe ich den Elastic Pro Tape gewählt. Und dann hört ihr direkt den Unterschied. Ich lasse mal laufen. Hier ist dann, oder wenn wir ein Tonband schneller ablaufen lassen, deshalb heißt der ja auch Tape hier, dieser Algorithmus. Wenn wir ein Tonband schneller laufen lassen, geht der Pitch sozusagen nach oben. Und damit das nicht passiert, müssen wir halt hier Elastic Pro Time einstellen. Und jetzt ist es wieder schön. Lässt sich, wie ihr gesehen habt, also auch nachträglich noch ändern. Das ist also nicht reingerechnet in die Datei. Das ist also nicht destruktiv, diese Veränderung. Wenn wir uns das jetzt hier unten angucken, bei dem verdoppelten Tempo, bei den Spuren, die zeitbasismäßig auf Linear standen. Da ist es jetzt, dass der Anfang zeitlich immer noch auf der richtigen Sekunde klebt sozusagen. Das Schnipselchen hier fing bei Sekunde 8 an, hört aber nicht mehr bei Sekunde 24 auf, sondern schon auf, was ist das hier, 16 oder was. Weil die Datei im Musikmodus war, zusammengestaucht wurde und halt auf das Tempo angepasst wurde. Jetzt fragt sich bestimmt der eine oder andere, wofür brauche ich was? Simpel gesagt, wenn ich mein Audiomaterial im Tempo verändern will und möchte meine musikalische Position, also taktbezogen beibehalten, dann muss man mit der Zeitbasis musikalisch arbeiten und den Musikmodus einschalten. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Ton zum Bild mache, also ich habe eine Videospur, wo ich irgendwie das mit Musik unterlegen will oder Post-Production, irgendwelche Geräusche einfügen und so weiter und so fort, dann möchte ich ja, sagen wir mal, ich habe jetzt irgendwie so ein Explosionsgeräusch, wenn ich dieses Explosionsgeräusch jetzt im Film bei Sekunde 35 zum Beispiel haben will und ich verändere dann aber irgendwie das Tempo, weil dahinter kommt dann irgendwie noch irgendwie so spannende Musik, aber die ist mir ein bisschen zu langsam und dann will ich das was schneller machen und pipapo. Das soll aber zeitlich dann immer noch, um 35 ist das Explosionsgeräusch und auf der nächsten Spur bei Sekunde 40 soll die spannende Musik anfangen. Dann muss ich natürlich die Zeitbasis auf linear stehen haben, auch wenn ich den Musikmodus verwende und so, weil ich möchte ja, dass das Explosionsgeräusch immer bei Sekunde 35 passend zum Bild arbeitet. Das wäre so das Anwendungsbeispiel für die lineare Zeitbasis. Dann will ich euch noch kurz zeigen, Zeitbasis musikalisch und linear gibt es nicht nur bei Audiospuren, sondern es gibt sie auch bei Instrumentenspuren, auch die können wir von der Zeitbasis anders einstellen. Und zwar auch wenn wir hier irgendwie ein Midi-Part haben, wo haben wir den jetzt? Auf Takt 6 und ich ändere jetzt das Tempo, ich gehe jetzt mal in die andere Richtung, ich gehe wieder auf 120 zurück, bleibt der Midi-Part mit seinen Noten drin und so weiter. Ich zeichne jetzt hier einfach nur mal eine Note ein, damit wir das sehen, die ist auf Takt 8 und egal wie ich das Tempo jetzt hier ändere, der Anfang des Midi-Parts klebt auf Takt 6 und diese Midi-Note auf Takt 8. Und wenn ich das Ding jetzt hier in der Zeitbasis ändere und gehe zurück auf 120 BPM, bleibt es halt sekundenmäßig hängen. Also auf der Zeit und nicht mehr auf den Takten. Selbes Spiel wie bei den Audiospuren, nicht nur hier, eine Midi-Spur verhält sich natürlich genauso, aber auch auf zum Beispiel Effektspuren kann ich das machen. Jetzt wird sich wahrscheinlich einer fragen, was soll das denn? Und zwar geht es hier um Automationen. Ich habe jetzt hier einen Automationspunkt auf Takt 5 und auf Sekunde 8, Zeitbasis musikalisch, ich ändere das Tempo, 160. Dann ist der Automationspunkt immer noch auf Takt 5, aber bei Sekunde 6. Wir gehen mal zurück auf 120 und ich ändere die Zeitbasis und jetzt wieder Tempo hoch. Jetzt bleibt der Automationspunkt auf der Zeit hängen und nicht mehr auf den Takten. Auch dafür für FX-Spuren, Gruppenspuren, also alles wo wir irgendwie dann Automationen schreiben können und so, gibt es auch die Zeitbasis, die wir umschalten können zwischen musikalisch und linear. Das wäre es zu diesem fantastischen Thema. Ihr kennt das Spielchen, was kürt jetzt? Hautschlauch ein, trinkt euch noch ein Bier und locker bleiben.